Interessante Fakten über Essig Wussten Sie, dass Essig ursprünglich aus Wein gewonnen wurde, der durch schlechte Lagerung ranzig geworden war und mit Wasser vermischt als erfrischendes Getränk getrunken wurde? Römische Legionäre hatten ein Gemisch aus Wasser und Essig in ihren Feldflaschen, das sie Pascha nannten, oft wurde das Trinkwasser dieser Zeit zuerst genießbar. Der Wiener Ködex von 1436 rät. Iss Brot und tauche es in Essig Wussten Sie, dass Essig so alt wie die menschliche Zivilisation und sogar noch älter ist? Sie ist seit etwa 5000 v. Chr. bekannt. Hippokrates zum Beispiel empfahl Abfläßig mit Honig vermischt bei Atemwegserkrankungen und hielt ihn für das beste Heilmittel gegen Lepra. Wussten Sie, dass die Essigindustrie und der Handel in England so profitabel waren, dass 1673 eine Essigsteuer eingeführt wurde? Wussten Sie, dass die Essigherstellung erst im 19. Jahrhundert dank Pasteur industrialisiert wurde? Wussten Sie, dass es auch 50 bis 100 Jahre alte Balsamessige gibt, die echte gastronomische Kuriositäten sind und Hunderte von Euro kosten können? Haben Sie schon gehört, dass es Essig aus Gemüse, Spargel, Tomaten und Gurken gibt? Es gibt sogar Essig aus Sherry, der in Spanien hergestellt wird.